Mein Name ist Chantal Rodríguez und ich leite den wohl schönsten Biergarten in ganz Rimsmuhrkreis. Wir befinden uns in einer wunderschönen Atmosphäre mitten im Wald, mit Blick auf die Korber Weinberge, wo man abends einen wunderschönen Sonnenuntergang genießen kann. Wir bieten nicht nur die klassischen Speisen an, sondern täglich ab 14 Uhr Gyros, Wochenende und Feiertage deftige Schweinsachse und halbe Hähnchen. Wir sind ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. In der Umgebung haben wir diverse Wanderwege, Radwege, im Biergarten haben wir auch einen Spielplatz. Ihre Kinder können sich austoben, sie können ihr kaltes Getränk genießen, sich zurücklehnen und wir kümmern uns um den Rest. Nun wohl.